hallo und herzlich willkommen zurück am heutigen samstag zu einer weiteren folge hier aus nordfriesland ja im milliardenprojekt und ich hatte gesagt wir wollen noch ein bisschen milch einsammeln und dann wollen wir mal noch nach der textilfabrik gucken hatte ich eigentlich in der letzten folge gesagt habe ich dann vergessen aber ich denke jetzt gerade dran also von daher fangen wir mal mit der textilfabrik an und ja wer also lust hat gleich um 10 uhr sollte ich dann auch wieder live auf twitch sein link dazu ist unten in der video beschreibung schaut doch gerne mal vorbei und ja dort könnt ihr mich dann auch mal live erleben für diejenigen die keine zeit haben ja auch am dienstag wird es wieder eine aufzeichnung geben und auch am donnerstag wird es nur die aufzeichnung vom live stream geben dafür donnerstag abend wieder eine neue folge und samstags morgens gibt es dann auch zwei frische folgen die ich dann aufgenommen habe und dann schauen wir mal so jetzt weiß ich gar nicht was ich gerade hier wollte also ich wollte vielleicht mal hier gucken ob hier noch wasser war aber hier zeigt er jetzt gar nichts okay so dann wollen wir mal eben schnell in die textilfabrik reinschauen ich glaube wir müssen mittlerweile 18 uhr haben unser kontostand müsste sich ein wenig geändert haben aber gucken wir jetzt gleich mal oder sehen wir jetzt gleich so hinten noch mal die textilfabrik oder auch nicht ob das funktioniert oder nicht das sagt uns dann jetzt das ach hier ist keine wolle mehr drin ja alter wird das denn alles verarbeitet hier 13 paletten hose 13 11 paletten t-shirts und 8 paletten stoff ja holler die welt also jetzt sollte wenn er mein gelegen hat mal abholen wir sollten immer in gelegen hat doch mal abholen kontostand ist mittlerweile wieder hier auf plus warum sind hier so eine komische schneise hier drin was ist das denn so ok naja muss ich jetzt eigentlich so verstehen warum wieso das jetzt so ist also der ist hier fertig okay dann müssten wir den noch mal hier oben auf feld 10 hinschicken wäre so eine maßnahme haben wir auch nicht ok so aber dafür haben wir hier feld 10 curse play und dann gehen wir jetzt hier drauf wunderbar viel spaß gute fahrt dann steht hier eigentlich irgendeine hintermöhe und blotierte nix alles klar die schweine könnten wir auch mal wieder füttern so kann man mal eben schnell machen so die zeit läuft mal fünf es ist doch wieder dunkel kann man hier mal 30 ja doch kann man mal so also nicht so ganz wie das ne wir sind jetzt ja nur noch spielen ja nur noch sechs tage das heißt so ein bisschen kürzer die seasons von daher so schalten wir mal das fernlicht an dann werden wir mal ein bisschen mehr sehen hier ist auf jeden fall schon mal der schweine stall der schweinische stau hier steht immer noch eine palette und von honig kann das sein oh nochmal hier auffüllen aber eben schnell hier die schwein oh ja ist klar noch einen größeren ach oder was ist denn das soll überladen starten ja aber ich muss doch hier irgendwo mhm da hast du ja eben neu gedrückt so jetzt sind die klappe mal auf hervorragend so so wir haben wieder ein bisschen mehr geld auf dem konto sieht ja schon wieder gut aus können wir noch die ein oder andere produktion vielleicht gleich noch hier mal oh ja er ist aber mächtig dunkel warum spiel ich denn jetzt die zeit nicht vor was ist das denn was macht der denn hier der kollega hier so wir wollen jetzt ja nicht hier im dunkeln spielen das ist ja nicht so so ihr wisst da genau da spiel ich eigentlich immer vor damit ihr hier nicht das spiel im dunkeln sehen müsst weil da sieht man nicht viel weil ich auch nicht na komm fahr da weiter hier komm rein los hast du jetzt hier so zu kämpfen kollega ah jetzt spiel ich dann die zeit ok sehr schön so dann sollten wir jetzt gleich zum dritten tag im frühling kommen und ja auch die millionen sollten jetzt nur so purzeln auf unser kontostand naja purzeln ist jetzt auch mal bisschen übertrieben glaube ich hier haben wir noch Eier stehen ja alter Schwede hier stehen noch Paletten rum die sollten wir vielleicht mal in die Flüssigkeimproduktion bringen mit der mal auch ein bisschen Einnahmen haben wir noch in der BGA das wäre schon mal schön das ist ja schon mal bezaubernd das ist ja schon mal bezaubernd noch ein bisschen BGA das ist ja ja wir gehen mal hier hin beladepunkt hm hm machen wir hier Schweinefutterproduktion warum haben wir hier kein beladepunkt hier oder ist das unter Tiere warte mal so Tiere da doch da Schweinefutter beladepunkt da 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 ist doch so dann gehen wir mal hier hin und sagen wir Schweinefutter das sieht doch gut aus oder so so ist noch ein bisschen dunkel oder ist auch noch ein bisschen sehr dunkel muss mir die Zeit noch ein bisschen verschwunden muss man mal eben einen Augenblick warten geht sofort weiter Leute ja damit wir mal so auch gleich im Livestream dann ein bisschen Helligkeit haben sagen wir mal ein bisschen den Tag hier gemeinsam mit euch hier gestalten den neuen Tag werden wir mal dann hier gucken was wir dann hier so erreichen werden an diesem Tage mal gespannt ah Moment wir könnten aber mal eben schnell wir hatten doch wir hatten doch den nicht oh oh wer hängt denn hier jetzt schon wieder im Feld oh hier im Baum hier was machen die Kollegen eigentlich hier alle ihr sollt hier auf der Straße fahren ihr sollt hier nicht irgendwie durch die Felder hier fahr mal dahin wo du hin sollst ey aber bitte wo will der denn hin um Gottes willen ey was hat der denn hier für Probleme ich hab da jetzt gar nichts an den Autolife Kursen geändert hm ich glaub meine Frau hat gekocht hier riecht's lecker so das ist das Förderband Mist bei den Schweinen da kommt im Moment aber keine Miste mehr raus weil ja ich glaube da hab ich ein wenig Käse gebaut so ah wir können die Zeit wieder vorspulen sehr schön so dass jetzt hell wird so mal gucken ah langsam langsam wird's ein paar Minuten noch ich sag jetzt mal bis halb acht so so 7,6 Millionen sieht schon mal gut aus so jetzt ist es vielleicht hell genug ja alles ah ich sehe hier interessant sehr interessant wo steht der jetzt hier was ist er denn hier oder so bin ich nicht ach Feld 53 sind wir hier ah ok ok so ach warum geh ich mir jetzt aus dem Spiel raus achso jetzt sollte die Zeit mal wieder oh stopp 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 wieder viel zu weit aber schon wieder 8 Uhr naja auf jeden Fall ist es jetzt hell so und der hängt schon wieder her sag mal warum ne also Freunde so geht das nicht also den müssen wir mal hier dringend austauschen ist zwar schön so ein E-Traktor zu haben das umweltbewusst ist und 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 aber dass der hier permanent jetzt hier rum in den Graben hier rumhängt das ist nicht so was ich gerne möchte warum fährt der einer hä warum fährt der eine hier auf Linie und der andere hä wieso haben die denn hier keinen Bahnversatz was ist das denn hier so so oh ja oh man man 15 Meter links so was ist das denn hier oh sehr komisch so was ist der ah der ist schon mal sehr schön hier am düngen dann sieht er schon mal gut aus so den wollte ich eigentlich haben weil mit dem wollte ich jetzt ein bisschen Milch abholen das wollte ich jetzt noch vor dem Leiste eben schnell machen den ein oder anderen Liter Milch abholen und schon mal in die Molkerei bringen müssen wir noch ein bisschen zur Käserei noch überbringen bei dem Leiste haben wir ja nichts zu tun also wir müssen mal gucken ob wir jetzt hier die Felder endlich mal fertig kriegen weil ne die Produktion ist jetzt erstmal egal jetzt müssen erstmal die Felder hier in Gang kommen damit wir überhaupt mal wieder hier ans Ernten kommen damit wir auch überhaupt mal hier wieder Produktion ans Laufen kriegen dritter Tag Frühling ich war uns auch nicht hier ja wollen wir das erste Mal mähen können ich weiß gar nicht ob es da irgendwer getan hat ich guck jetzt gleich mal so einmal Details so ach Gott ne ich wollte eigentlich mal anders gucken so hier haben wir ja Grasfelder die haben wir ja immer nicht gedüngt die sind schon erntreif oieieieieiei ach du Arnze ich geh kaputt die kann man schon ernten ach du Arnze was ist denn hier das fällt hier oben ist verfault fällt sie ihm ist auch verfault ja das ist ja mal prickelnd gelaufen Freunde das fängt der Adiot an ach du Arnze ich nicht geh kaputt also ihr seht wir haben einiges zu tun im Livestream also der Tabak ist kaputt den können wir nochmal wegschmeißen ach wunderbar da freue ich mich doch genau so habe ich mir das vorgestellt das ist doch wieder ein Happy Tag ein Happy Place oh no der Hopfen ist auch kaputt ist auch im Winter kaputt hier das ist ja super also ja was lernen wir daraus ja jetzt bin ich mal gespannt ob ich dann vielleicht das Gras noch düngen kann aber ich vermute man ey kann man nicht mehr ne ja also kann ich ja da runter fahren müssen wir jetzt gucken nochmal im Livestream da das Gras da mähen ich weiß nicht ob wir da für die passenden Fahrzeuge hier noch haben werden wir uns gleich im Livestream an um kümmern dass wir dort die ersten ja Big Amps glaube ich werden wir da in den Start bringen dann werden wir da direkt meine ganze Armada hinterher schicken was können wir mal daraus machen Ballen oder Gras oder Preu ich sag mal gucken wir mal so alle brauchen wäre nicht so verkehrt Moment wir müssen hier hin okay holen wir mal hier die erste Milch ab ich weiß nicht wie viel hier drin ist naja so voll war das Stäbchen jetzt nicht aber dürfte schon der ein oder andere Liter Milch sein der jetzt hier zustande kommt bringen wir das als erstes mal in die die mal gucken wie das hier alles heißt so unser Emperfeld müssen wir auch noch beliefern aber da kümmern wir uns später drum da ist ein wichtiges Moment so Gemüsefabrik ne das wollen wir nicht da einmal haben wir hier die Käserei da muss man Milch hinbringen dann haben wir hier die Milchfabrik und dann die Molkerei also wir bringen jetzt erstmal Milch in die Molkerei ist hier noch Milch drin oh ja hier ist sogar noch Milch drin also von daher ja haben wir schon mal 75.000 Liter Milch die bringen wir jetzt erstmal in die Molkerei die bringen wir jetzt schon mal in die Molkerei dann haben wir da auch schon mal dann kann die ja auch schon mal wieder produzieren so fahren wir mal eben schneller rüber ein bisschen Milch für die Molkerei und dann müssen wir uns mal um die Felder kümmern oh Gott von ich bin das gar nicht mehr gewohnt echt nachdem wir jetzt so viel im Winter im Wald gewesen sind ich bin jetzt hier wieder in die Feldarbeit zu gewöhnen oieieieiei da muss ich auch gewaltig erstmal umstellen wieder schon sind dann keine Feldarbeit mehr gemacht hier im Spiel also mit den selben anderen Dingen beschäftigt ja also was lernen wir aus dem was wir jetzt gemacht haben also im Frühjahr oder im späten Herbst da noch Hopfen und Tabak auszubringen das ist schon mal für die Katz das sollten wir besser nicht mehr tun weil ne der Schuss ist mal mächtig nach hinten losgegangen das war nicht so geeignet dafür hatte gedacht könnten wir dann vielleicht im Frühjahr ernten tja weit gefehlt jetzt ist es vertrocknet erfroren wie auch immer auf jeden Fall war das schon mal ein Satz mit x sat wo wohl nix echt klasse das läuft ja wieder super also das heißt dann müssen wir mal einen Flug drüber jagen Feld 7 müssen wir auch einen Flug drüber jagen super da wir noch gedüngt haben können wir auf jeden Fall hier nochmal eine neue Feldanalyse starten ja hier kann man nochmal kalken gedüngt ist ja warum wird da nicht weiter geht keine Ahnung alles sehr sehr interessant sehr sehr interessant wie ist denn überhaupt der Status von dem Vermehrungsgas hier unten der ist dunkelgrün also das sieht ja zumindest mal ganz gut aus dass das nicht kaputt gegangen ist über den Winter so das heißt jetzt gehen wir mal die nächste Ladung Milch abholen die bringen wir dann hier in zur Weinstephan Milch vorringen oder Molkerei Gott jetzt sieht man wieder dass ich wieder kreuz und quer gefahren bin in der Norddehnikotende Fruchtzerstörung lässt grüßen jetzt haben wir hier wieder alles platt kreuz und quer wie die Karte jetzt sehe ich schon einen vor seinem Gerät sitzen und sagen ja Endi auf mich zeigst du mir den Finger aber selber bist auch nicht mehr besser kreuz und quer wie die Karte ja ja ich kann die Gedanken schon hören die Kommentare schon vor mir sehen hier stehen ja noch ein paar Leerpaletten rum wie gesagt also weiß nicht ob das so eine gute Idee war mit diesen sechs Tagen aber ja ist jetzt so oh Gott da haben wir Volt Paletten muss man in die Textilfabrik bringen da mal schauen was dabei rumkütt ach ich habe immer noch keinen neuen Kurs eingefahren jetzt brauchen wir hier den Förderturm mal hier entleeren können mit Wasser weil der pumpt ja weiter Wasser aus dem Boden das war jetzt sehr clever von mir so machen wir eben schnell gucken wie viel Wasser war denn hier drin mittlerweile oh 1,8 Millionen sehr schön 84 ja 81% haben wir hier noch einen Service alles gut oh hier war aber mächtig Milch drin also jetzt haben wir nochmal 44 vorher hatten wir oh hat's gelohnt würde ich sagen hat's sich gelohnt über 100.000 Liter Milch jetzt könnte ich hier nächste Milchschaden da liegen wir aber auch jetzt nicht auf Feld 65, 66 noch mal eine Runde Hopfen drauf machen muss man auf jeden Fall noch die eine oder andere Sämaschinen im Leistung kaufen ich erinnere mich dran ich würde mal noch Sämaschinen kaufen am besten vier Stück die man direkt auf Feld 65, 66 drüber jagen ich glaube ich habe noch einen Kurs dafür hoffen wir dass der dann auch funktioniert mal hier abbiegen bitte sehr schön weiß ganz schön ob er jetzt hier in den Kuhstellen mittlerweile auch hier also in dem einen Jahr klar am Hof der Milchhof der bringt ja Milch aber ich weiß nicht ob der jetzt hier mittlerweile auch mal Milch abwirft der jetzt hier vorne steht so leider können wir die neue Milchproduktion nicht mehr verwenden die ich gebaut habe schade da waren doch ein paar nette Produkte dabei aber haben wir hier auch das ist jetzt ja nichts zu hören wenn wir hier nicht hätten so mal gucken wie viel Milch haben wir denn hier drinnen gerade aktuell müssen wir nochmal drüben gucken also hier ist ja nochmal genügend Milch drinnen und hier sind noch Paletten drinnen Freunde wir müssen dringendst hier oh glaub mir eins wenn wir die Produktion am Ende der Saison hier alle leer machen da kommt mal richtig Geld bei rum aber Halleluja Freunde so hier sind 75.000 also das heißt die hier war leer gelaufen okay wir haben ein bisschen Butter bisschen Vollmilch bisschen Sahne bisschen Milch okay das heißt also ja die Bäckerei wäre da auch nochmal wieder angesagt aber dafür brauchen wir erstmal Mehl das ist ja so ein großes Problem wenn wir im Moment haben dass wir kein Mehl haben Mehl fehlt uns ja hier dann gehen wir noch einmal laden und dann schicken wir den mal zur Käserei so ich weiß gar nicht ob ich jetzt noch irgendwo vier Traktoren die ich habe wollen wir auch mal gucken also irgendwo stehen mit sich ein paar rum also da steht schon mal einer rum dann glaube ich in der Halle hier vorne steht noch einer rum irgendeiner ist ja schon wieder fertig das ist ja unglaublich ich bin froh dass die Karotten und die Zielen auch noch kaputt gegangen sind das wäre jetzt auch noch ein Winter das Highlight überhaupt gewesen obwohl der Winter gar nicht so streng war also was passiert dann wenn wir hier richtig Winter haben ja geht dann alles kaputt oder was also das war jetzt äh ja mal wieder so ein Erfahrungswert den ich eigentlich nicht haben wollte aber pff ja jetzt haben wir ihn halt was soll ich jetzt halten auf oh 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 oli er spielenlos durch die Gegend Dann schauen wir mal hier, schauen wir mal gucken, wie viele Rinder da hier drin sind, weil wir müssen noch ein bisschen Rinder auch umlagern, also das muss man schon noch tun. Also hier wären wieder 7,50. Müssen wir auch einmal hier auffüllen, weil da ist ja noch ganz schön verbraucht. So, hier haben wir auch wieder 7,50, dafür haben wir hier 100 drin. So, jetzt haben wir hier Miste drin, 59, Gülle, oh, Lohnstrahlung, das haben wir hier wirklich. So, dann haben wir hier 47, oh, wir haben auch gut Milch drin, Gülle, Mist, auch sehr schön. So, wollen wir eben schnell hier gucken. Oh, hier haben wir auch mächtig, also wir kriegen auf jeden Fall den Stall da drüben voll, das ist nicht das große Problem. So, dann wollen wir eben schnell bei den Tieren mal eben gucken. So, das ist der am Hof, da sind übrigens auch 194.000 Liter Milch drin, also Milch haben wir hier überhaupt keinen Mangel mehr. Und auch hier haben wir jetzt 82.000 Liter Milch drin, das heißt auch die Kühe produzieren jetzt Milch. So, hier haben wir 585 Rinder, ja, keine glücklichen Kühe, keine glücklichen Kühe geben weniger Milch, das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Milch, mehr Milch, meine Freunde, mehr Milch, so sollte es sein. Achso, hier wieder, eben schnell hier mal zur, wo waren wir hier irgendwo, ne, Milchzucht? Ne, hier vorne stand ja noch irgendwo, der LKW. Schick mal den jetzt mal hier zur Käserei. Oh, da haben wir ja keinen. Oh, super, da muss man selber da hinfahren. Na gut, na gut, fahren wir mal eben selber hin. Ich sehe, dass die Zeit aber schon wieder am Ende ist für diese Folge. Mein Gott, es vergeht so schnell die Folgen hier. Unglaublich. Da ist so viel zu tun, ja. Ich würde sagen, das war's für mir in dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Würde mich freuen, wenn ihr jetzt gleich um 10 Uhr einschaltet. Ja, wenn ihr Andy dann live hier auf der Marsch spielt oder heute Abend um 20 Uhr. Ich weiß nicht, wie das Wetter am Wochenende wird, aber keine Ahnung. Weiß nicht. Hab's nicht so im Köpfle. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut. Bye, bye. Bye.